Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Wir stehen vor dem Bosskampf gegen Bürgermeister Mendes und dann sind wir, zumindest normalerweise, gucken wir mal, was der Mod noch für uns bereithält, aber dann wären wir eigentlich so ziemlich fertig mit dem ersten Abteil, dem ersten Drittel, dem Dorfabschnitt aus Resident Evil 4 Remake. Ich bin sehr gespannt. Jetzt lasst mich mal ganz kurz unser Inventar nochmal checken. Ich habe jetzt gut eingekauft, wir können viel Munition craften, wenn es notwendig ist. Auch heilungstechnisch sieht es jetzt gerade okay aus. Let's go! Was höre ich denn da schon wieder? Ah, guckt euch das an. Ach, guck. Das war leider scheiße. Das geht ja schon mal gut los. Zum Glück zählt die Kombo nicht. Das wäre ziemlich gemein gewesen. Oh mein Gott, ich weiß wirklich leider immer nicht, was ich drücken soll, was ich jetzt kontern soll, wenn alles gleichzeitig kommt. Ach, guck mal. Der Kuhmann hat ihn gerade gehauen. Das ist ja nice. Oh, ich muss runter. Shit. 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 So viel zum Thema, eine Heilung sieht eigentlich ganz gut aus. So schnell kann es gehen, ne? Aber ich glaube, da ist eine ganz gute Idee, hier unten zu kämpfen, weil die beiden auch Mendes Schaden machen letztendlich. Ja, jetzt weiß ich es auch nicht. Jetzt weiß ich es auch nicht, was ich gerade machen soll. Ich glaube, ich brauche da noch eine gute Strategie, um gegen die drei zu kämpfen. Wirbel, wirbel, Zauberattacke! Nein, lass mich. Ich möchte dich im Feuerfass sprengen, bitte. Bitte. Ich möchte dich im Feuerfass. Okay, erste Runde vorbei. Das war katastrophal. Weiter geht's mit Runde 2. Mal schauen, ob die genauso schlimm wird. Ich höre schon wieder Gegner. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Da ist was aus dem rausgekommen. Ach, come on. Ja, Lian, springen wir ins Feuer, oder? Das ist doch eine geile Idee. Die haben wir nicht getroffen. Ich höre schon mal. Ich höre schon wieder. Das war so glücklich. Nein! Oh, come on! Das gibt's doch nicht. Weil der kleine Trottel da unten in dem Moment, in dem Moment, in dem scheiß Moment, wirft der eine blüde Axt. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Der kleine Vollarsch. Der kleine Arsch, ey, wirft in dem Moment, wo ich auf die Fässer ziele, einfach eine Axt. Hab ich getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt hab ich getroffen. Ich hab so lange in dem Bosskampf nicht gecheckt, dass man hier hochgehen kann. Was natürlich alles sehr viel leichter macht. Ah, shit, das hab ich jetzt übersehen. Diesmal bin ich schuld, nicht der Axtkerl. Aber es ist wirklich gemein, ich komm kaum zum Nachladen hier. Oh. Okay. Na, also, das war gar nicht so schlimm. Abgesehen davon, dass am Anfang zwei Brutes und danach zwei Trottel mit Echsen rumgelaufen sind, war er eigentlich relativ Standard. Ey, ohne Scheiß, das Spiel ist so ein Arschloch. Oh, ein Brief? Letzter Wille und Testament, das ist definitiv neu. Dr. Salvador, wenn ich am Ende scheitern sollte. Den Fremden, den Eindringlingen aufzuhalten, dann hängt alles von dir ab. Zeig deine und den Rest kann man nicht lesen. Okay. Okay, heißt das Dr. Salvador ist der geheime letzte Endboss, gegen den wir jetzt noch kämpfen müssen? Ja, ich komm schon. Oh mein Gott. Okay, es kommt kein Truck. Ich hätte schon damit gerechnet, dass jetzt ein Truck kommt. Aha, es kommt eine andere Art von Truck auf uns zu. Oh, er ist leider nicht alleine. What? Shit. Shit. Oh, ich weiß nicht, ob ich... Doch, haben wir. Achtung, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob wir die nötigen Waffen haben, um mit dem fertig zu werden. Aber ich habe ja vorgesorgt. Ich habe ja zum Glück vorgesorgt. So. So. Okay. Okay, ich lasse mich mal alles durchladen. Dann kriegen wir das schon hin. Okay, let's go, Ashley. Puh, Power. Warum kann ich Ashley keine Waffe geben? Irgendwas, nimm die Pistole. Irgendwie, das wäre so gut. Okay. Das ist echt ungünstig. Shit, ich bin tot. Ich bin tot. Das war's jetzt. Ich bin tot. Da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Boah, ich will den töten. Ich will nicht durchlaufen, ne? Ich will den unbedingt töten, weil ich will wissen, was der droppt. Ich will wissen, was der für einen Schatz für uns bereithält. Der echte, geheime letzte Boss. Das einzig Nervige ist, dass ich jetzt immer wieder neu craften muss. Warte mal, es gibt doch extra so ein Crafting-Menü. Das benutze ich normalerweise nie. Aber in dem Fall geht's halt doch leichter. Einfach mit der Magnum draufhalten, würde ich sagen. Und gucken wir mal, ob das reicht. Ne? Ein Scharfschützenschuss, Blendgranate und dann mit der Magnum drauf und wenn's geht, Messern und Kicken. Ähm, keine Ahnung. Ich darf halt nicht zu weit über die Brücke laufen, ne? Weil sonst haben wir ein Problem. Ich könnte auch versuchen umzudrehen, den Berg runter zu laufen erst mal, damit mir niemand in den Rücken fällt. Ich hab das Gefühl, der ist auch immer nur sehr kurz gestaggert, der Arsch. Wenn ich ihn halt auch treffen würde! Was zur Hölle? Was zur Hölle ist da grad explodiert eigentlich? Er ist tot. Er ist tot. Und er droppt eine kunstvolle Halskette. Okay. War halt so schlimm. Also ich mein, verdammt haben wir viel Magnum in den Rang geschossen und nervigerweise auch daneben. Ah! Und wir haben Ashleys rote Haarfarbe gefunden und noch ein bisschen Gewehrmunition. Okay. Na, war doch gar nicht so wild eigentlich. Ich hab Schlimmeres erwartet. Okay, Dr. Salvador, der geheime letzte Boss im Dorf. Schön. Ich hatte echt Angst, dass ich zu weit gehe und die Cutscene trigger. Coolio. Na gut, ich würde ja eigentlich sagen, dass wir jetzt für heute Schluss machen, aber weil es nicht gerade ein schöner Punkt wäre. Aber jetzt schauen wir kurz ins Schloss, nur weil da der Händler gleich wartet. Weil ich will gucken, ob der neue Sachen hat und ob ich es unglaublich bereuen werde, dass ich dem, ähm... Dass ich meine Spinels ausgegeben habe für Heilkraut, also für ein Heilspray. Ich guck nur, ich erwarte schon fast, dass mich hier irgendein Kettensägenkerl anspringt, aber bis jetzt... Ah, ne Schlange springt mich an. Na gut. Leon, treffen wir die jetzt mal? Ja, haben wir schon gut. Habe ich mir nämlich schon gedacht, mein Freund. Aha. Hochleistungszielfernrohr und die Blacktail. Die Blacktail. Ich könnte die... Ja, okay. Wart mal kurz, Händler. Keine Sorge, ich bin zum Handeln hier. Du musst nicht enttäuscht sein. Ich möchte nur die Kette hier, die wir von, äh, Dr. Salvador bekommen haben, vom Mad Chainsaw Man, äh, möchte ich nur mit meinen ganzen Edelstein bestücken. Sehr gut. Und jetzt, guck mal. Bam, Reichtum. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Weiterhin viel Glück, Fremder. Will ich doch meinen, dass ich dafür ein hübsches Sümmchen bekomme. Okay, cool. Äh, ja, wollen wir die Blacktail kaufen? Soll ich... Soll ich die... Tauschen... Eine Waffe, den alle Bedürfnissen anzupassen? Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Deine Kohle oder dein Leben? Ich mag die Blacktail eigentlich schon, aber ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, dass wir die behalten. Weil, ehrlich gesagt, sind alle Pistolen schön und gut. Und die kann Laserpointer tragen, was ich schön finde. Ähm, ja, und ansonsten... Gibt's auch nichts Neues zu tauschen hier. Wir könnten das Hochleistungs-Zielfernrohr kaufen. Das passt, glaube ich, auch auf das alte Scharfschützengewehr, oder? Ich meine, die ist jetzt im Sonderangebot. Das müssen wir jetzt kaufen. Ich hab nur die... Jederzeit bieten. Entferne dich. Alles klar. Zu mir. Okay. Willkommen. Dann verkaufe ich unser Standard-Zielfernrohr. Wobei man das vielleicht später für das Maschinengewehr aufheben könnte, ne? Glaube ich. Glaube ich, das passt da auch. Hm. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt die 2000 nicht. Und es ist nur ein Inventarplatz, ne? Ich lass es mal. Kann man später immer noch verkaufen. Läuft nicht davon. Okay, Leute, cool. Machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Und morgen... Oh, warte mal. Das war, glaube ich, was Neues. Business-Tipp. Hä? Hä? Aber, warte mal. Neue Waffen im Schloss? Mit ein bisschen Erkundung findest du sie. Keine Sorge, wenn du sie verpassen solltest. Wir sammeln sie für dich. Aha, ich verstehe. Das ist tatsächlich eine neue Notiz gewesen. Im Grunde sagt mir der Händler hier, okay, im Schloss sind neue Waffen für mich verteilt. Und wenn ich mal eine übersehen sollte, dann kann ich die bei ihm kaufen. Und ich schätze, so war es auch mit der Broken Butterfly. Jetzt haben wir hier quasi uns schon die Items erspielt. Jetzt nutzen wir die auch. Das waren ja quasi hier Schätze, Belohnungen für besonders schwere Gegner. Und die Sonnenbrille schützt, wenn auch nur ein kurzer Vorteil, okay. So, machen wir Schluss. Danke fürs Dabeisein. Habt mich sehr gefreut. Schön, dass ihr da wart. Morgen, übermorgen, beim nächsten Mal. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, ne? Jetzt hab ich vorproduziert. Schauen wir dann mal. Dienstag, 18 Uhr, Resident Evil 1 Stream. Aber grundsätzlich geht's auch hier mit Resident Evil 4 weiter. In irgendeiner Form gucken wir mal. Und die Tunnel Darkness läuft auch noch. So viele Projekte gleichzeitig. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.